ja Oh ich bin's wieder Markus von Lappen Game V zusammen mit den 2 anderen Lappen Foto und Svenel Ja ich bin Svenel und hab'n Quartz Ranch und verbrücke Leute Ich bin mal wieder Ticket Light wir müssen uns natürlich immer schlagen nach vorn aber nur Foto hauen wir ja es wird reißen er schreibt sich im Weg das ist der Chef ich werde nicht mit einer Fakke ich werde nicht mit einer Fakke Aua okay Fackelkampf du hast keine Fackel Wendt baut heute ein Mass Replicator mag ich nein natürlich nicht sowas sehe ich gar nicht ein ich bau die Mauer aber wir wollen keine Mauer bauen ja eh Wendt macht äh sachen für ein ME nein Wendt ein Mass Replicator du hast dir den gewünscht macht was du willst ich die Farbe so ja hol Mabel ja komm mach Glitzerzeug ja mach Mabel ja und Glitzerzeug ja mach ich auch ich mach Glitzerzeug und Mabel oder einfach alles Baby als ob er Multitasking fähig wäre nein nein ich kann das und umfahler woran baue ich auch ab Urin ey das ist doch ja Urin das wäre ja asoziale Alter weil jetzt fehlt mir nämlich Lapis Lausuli warum brauchst du Lapis Lausuli hast du letzte Folge schon gesucht Lapis Lausuli ja wer geht in die mhm ja ich hab hier 36 Lapis Lausuli also kann ich in der letzten Folge kein Lapis Lausuli gesucht haben doch da bist extra ne Näter gegangen hast ne ah deswegen hab ich wahrscheinlich so viel Lapis Lausuli genau dann hat mir das Problem ja auch geklärt da bist du extra ne Näter gegangen da bin ich auch verreckt im Sumpf naja du bist oft verreckt ich fahre ich bin nur ein oder zumindest einmal bisher verreckt ich bräuchte mal so ein Kill-Count mach mal ja wollte ich gerade sagen mach mal ein Kill-Ding-Count aber aber mein Kill war ja voll unverdient als ich da in die Erde reingebackt bin selber schuldig halt ein Lappen ja das ist auch ein Tod ja okay dann muss aber irgendjemand von euch die Videos nochmal angucken und die Tode zusammenzählen weil ja ich kann die machen ja okay gut macht's okay ja würde ich raus auch besser ich soll die Schnauze okay ich brauch Refined Iron Digga da bräuchte ich den ersten Mal über ah ja ich hab hier Refined Iron Perfektor das ist normal riech ne warum sind eigentlich unsere Maschinen unten und unsere Sachen oben das ist voll dämlich ist auch geil das war das war nicht meines war deine Idee ja ja jetzt bin ich wieder schuld ja irgendwas muss doch mal schuld sein einer muss ja schuld sein hey kann ja nicht alter auch mal auf Markus schieben Markus ist doch in Ordnung ey ich bau also geht's gar nicht alter ja eben der Markus ist einfach nur Baumeister also ich hab meinen Bauer ich hab Bauer der Erbauer nein der Erbauer er ist der Erbauer nein er ist nicht der Bauer er ist ein Erbauer also ein Erbauer ich hab wirklich erbrechen ich hab wirklich Spaß das wäre immer noch die Wortswitze war die eigentlich das war bei der nur die Wortswitze kam von Sarah Raffi ja da warst du dabei ich bin ja da war ich dabei glaube ich na schlecht reichelt heißt es laut wird und mach halt normale macht und du hast doch muss sie gar nicht mehr haben doch einen youtube-dingen jahre natürlich können wir musik schalten alle macht es ist ja immer dass wir die richtige ich habe es ja das haben wir ja erst recht kurz die feind allen große und hin weil sie sich bitte die feind allen irgendwas hat kommen mäßig ist so ein hoher hast du b ich tue jetzt gar keine musik das mache ich dann halt nein das scheiße warum du lieber markus besser deine musik ist eh scheiße du hast keinen geschmack brosse was brauche ich für brosse welch muss ich meine brosse das und für brosse das ja der hat deine musik beleidigt oh fick dich Mutter ich finde dich und tötet dich koppa koppa ist hier sagt nie was gegen metal alter was metal ja gegen metal metal ja ich hab metal hier ich hab zähn ich hab eisen ich hab ich mach koppa ja ich mein rock alter rock hab ich auch stein ich mach koppa heavy metal ich mach auch ich hab ich auch we find iron ich mein musikart heavy metal ach so ach so ach so hat es ja nicht gepflegt musst du halt sagen was du meinst ich weiß es doch nicht ich bin doch ein bisschen doof rock sagt und rock ist was anderes rock ist das stein ja und nicht rock der rock und rock hat Frauen an ich weiß ich weiß nicht was du was du so komische äh hobbys hast markus aber wenn du röcke eigentlich auf der bock schauen alter das ist mein hobby boah ja das mach ich auch immer boah was mach ich warte wir verstecken uns mit dem mülleim und dann ja ja mit dem mülleim, weil ich da wohne vielleicht das kann auch gut möglich sein das wissen wir nicht genau wir wohnen überall hin überall und nirgendwo wir gehen jetzt zum beispiel später nach amerika so das ist ja ja meinst du zwischendurch? Alter! 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 Schnauze! Arschzombie! Arschzombie! Hält so richtige Ruhe! Du magst nicht wenn ich den rückenschlag mit schwertern boah wenn du Zombiebrüll rülst boah wenn du Zombiebrüll rülst boah wenn du Zombiebrüll gefällst dir? ok Schmerz baby! Scheitzzombie! Oh yeah! B transmission creil lauter A uaa Uaa nordτού E議ur Sklappcanbistone aber nur ihnen ach ist lang Bonus für eins scheiße Marcus Wo bist denn? An der Mauer die wir nicht Europa wollen aber das spielt zu tun Auf der Mauer sitzt ne kleine Wand Schau mal, Futter, wie viel Kupfer du gerade in unseren Ofen ballerst. Ja und? Und aus unserem Ofen kommt ganz schnell ganz viel Kupfer wieder raus. Du brauchst doch Kupfer, hast gesagt, im Zins. Oh, unsere Maschinen laufen gerade alle. So schön. Markus, du wirst, das ist größer, als irgendwann. Die machen ganz komische Geräusche, unsere Maschinen. Ist mir schon bewusst. Weil sie keine Energie mehr haben. Weißt du was? Oh, danke. Weißt du was? Wir werden dann, wenn wir diese Atomkraftwerke bauen, werde ich dann da bis dahinter dann da machen. Und da wird dann ein Tor sein. Hier, dahinter. Und da wird auch die Bauer weiterführen. Alter, was geht mit unserem Ofen? Wir werden die Atomkraftwerke haben. Also, das wird so ein Double-Schutz-Ding. Einmal für die Zentrale und einmal für das Atom. Also für das Atom. Okay. Für das eine Atom. Das ist das Einzige, was wir haben. Ohne folgt nur auf der Ofen. Was willst du denn? Was willst du denn rum, Sven? Dann wollen wir ganz immer rum, Alter. Unser Ofen geht gerade voll so cranky shit. Cranky shit? Ja, aber warum? Du hast ja auch Ding drin. Beschleuniger. Ja, natürlich. Acht Stück. Wir brauchen gute Energie. Ja, gut. Ich gucke mal, was wir noch Reserve haben. Ich wäre viel wahrscheinlich. 480.000 haben wir noch Reserve. Aber es kommt nicht genug durch die Kabel durch. Dann mach ich es schneller. Warum? Weil es so ist. Ja, es langt doch so. Was ist denn noch schneller? Weil es so offen die ganze Zeit auch noch Energy ist. Das passt schon so. Lass es laufen. Er ist schon durchgelaufen. Das war alles, was du mitgebracht hast. So, zwei Minuten mal die Ofen beschäftigt. Ja klar, wenn ich noch 10.000 mehr von den Beschleunigereien klopfen würde... Ne, mehr wie 8 gehen nicht, weil dann stürzen sie ab. Echt? Ja, dann verabschieden sie sich. Ist das dann zu schnell? Geh mal auf, weil dann hängt sie einfach auf und tut nichts mehr. Es hängt sich explodiert einfach aufs Prinzip. Nein, es hängt sich einfach auf und tut nichts mehr. Das ist viel fieser. Du wartest dann, dass was passiert, aber es passiert einfach nicht. Und du zweifest dann an deine eigenen Intelligenz. Und dann merkt man wieder auch, ich bin doch so intelligent. Ich habe gesagt, die eigene. Du willst eigentlich damit sagen, dass wir... ...de... ...intelligenz sind, das glaube ich. Das glaube ich dir. Das leckt ein bisschen, das Ganze. Aber aus Wort. Schau mal, wie schnell der Kompressor geht. Ja, weil ihr die ganze Zeit irgendwelche neuen Welten... Ja, nicht, wir sind doch um dich da rum. Also ich farm für Marcus Marble und suche nach Ors. Ja, oder vielleicht bin es auch ich. Mit den ganzen Maschinen. Ja, wohl Gott, dann. Denke ich auch. Wird eh mal das sein. Legdown! So, wir brauchen... Äh, ich habe ja auch gelesen, ich kann den Server auch selber hosten. Also ich kann den Server hosten. Oh, das. Das kann jeder. Ja, das kann jeder. Oh, das. Warum machen wir das eigentlich nicht? Oh, das. Da muss ich Kohle in den Maserator passen. Das ist zu kompliziert. Dann müssen wir den Tannen hinterher schicken. Da bist du ein Komplett an dafür. Wo ist der Maserator? Ey, mein... Ja? Kannst du mir helfen? Was brauchst du? Komm her. Ja, ich komme. Moment, ich muss jetzt mal gucken, wie ich hier rauskomme. Ich bin ja wieder am Arbeiten, was... Oder, 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 oder? Ja, der ist scheiße. Ja, du bist scheiße, Alter. Das kann gut ein Mixer sein. Das bezweifle ich jetzt auch nicht. Oh, da ist Eisen. Warum Foto immer heißt, muss ich selber beleidigt. Jetzt sagt er, wir sind seine Intelligenz, und dann sagt er, wir sind scheiße. Also beleidigt er indirekt seine Intelligenz. Wir diskutieren mit dir jetzt über solche komplizierten Themen. Ich glaube, diese Themen ist doch logisch. Also, wenn das hier jetzt schon kompliziert ist, Guto, dann will ich nicht wissen, was das hier gleich wird. Oder dann die Kuh ist. Meine Kuh, das will ich auch nicht wissen. Oh, ich weiß nicht, das weiß ich's doch. Ich weiß nicht, das weiß ich's doch. Nee, Bob, ist zu, ist zu, ist zu schlauern. Äh, wat, wat, wie bitte? Was? Hallo? Hä? Hä? Hallo, was hat er denn gemacht? Nein. Äntrlich sind wir da, du bist da. Futurman! Ah, da bist du. Okay, sorry. Äh, ja, sorry. Ich hab das wieder was Ablenken, darum. Äh, welches Mabel. Ja, äh, was haben wir jetzt gedamaged? Ja, was für ein Kabel? Futur, komm jetzt mal. Hoh mal schaufeln. Futur. Nimm schaufeln mit. Nimm schaufeln mit. Und hack mal den Berg der Linken, den linken. Den hier. Futur, du hattest schon wieder alles wasariert, was du mitgebracht hast. Welchen Berg? Den hier. Nen, wegschau. Das ist dazwischen, weißt du? Ja, der ist scheiße. Entschuldigung, aber wenn du sowas sagst, dann muss ich davon ausgehen, dass du auch scheiße bist. Ja, das ist halt so, ne? Passiert mal. Affo müsste gebracht werden im Krieg. Die scheiße gehört dazu. Und was soll ich mit dem Berg machen? Wir nutzen eigentlich keine Gold-Käbel. Weil du scheiße bist. Achso, stimmt. Dann kriegt der wahrscheinlich wieder alles in die Luft, ja? Ja, der Widerstand ist da nicht hoch genug. Ja, der schon öfter hat das Problem, dass hier in dem Haus etwas in die Luft geflogen ist. Ja eben, weil du einfach kein Elektriker bist. Das ist einfach ein Lappen. Elektriker, Elektriker. Hast du das behindert? Ja. Also wenn du direkt fragst, ja. Kennt ihr das nicht? Nein. Ich arbeite als Elektriker. Nein? Nein. Das ist hart zu sein. Ich kenne viel Scheiß-Lieder, aber das kenne ich nicht. Ich kenne, ich bin ein Farmer. Aber den Text kenne ich nicht ganz. Ah, endlich, ich habe die Chess gefunden. Davor. Der ist Elektriker. Alter. So, reicht das, Markus, oder? Alles weg. Bist du bohren? Ja, innen drin auch, oder wie? Ja, Freile. Wenn er sagt alles, dann meint er auch alles. Wir machen nicht alles Sachen. Ja, genau. Wir machen nur Quadrate. Wir machen Dreiecke, Alter. So, du kannst mal zwischendrin wieder auffüllen mit Marble. Vielleicht bin ich mal durch. Jetzt ist meine Schaufel weg. Ja, dann hol dir eine. Warte, ich habe eine. Dann hol dir eine. Warte, ich habe eine. Ja, das ist mir gerade eingefallen, Alter. Riesst, ich habe noch mal richtig knapp. Alter, 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 mit mir auch im Alter. Ah, Foto, 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 Alter, Foto, Alter. Alles sogar. Und hier, ab da, wo ich stehe, hier, ey, 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 alles abhacken. Alles, auch die Bäume, da, da musst du halt woanders entpflanzen. Ja, gleich, die Bäume sind, wo willst du lang, dann, also hier entlang, also von, von hier, dann alles da wegkommen. Also, bis dahin, bis dahin, bis dahin. Ich baue doch die Mauer bis hierhin, guck hierhin. Welche Mauer? Aber er arbeitet als Elektriker. Ja, ich werde die ja bis dahinten bauen. Und dann verbieten wir andere. Dann hast du ja hier schon die Kante dafür. Nein, ich will, dass das hier weg ist. Ja, das kommt weg. Ja, gut. Der Berg auch? Ja, der Berg auch. Also, nein, das ist also verstanden. Von hier aus bis... Mach mal weg, wo willst du weg haben? Also, ich will hier, das hat die Karte. So, das kommt weg, der kommt weg, der kommt weg, der kommt auch weg. Und das hier? Und das hier arbeitet als Elektriker. So, das? Ja, genau. Die auch? Die brauche ich nicht. Ja, ja, das ist weg da, das ist weg da. Pflanzen woanders hin dann. Das ist weg da. So. Und dann die Erde auch noch, ne? Also, weg, komm. Ey, das sieht so provisorisch bei uns aus, das ist geil. Gefällt mir. Dafür bist du verantwortlich, da hab ich keine Akzentra. Ich hab gesagt, das ist geil, das gefällt mir. Ja, dafür bin ich verantwortlich. Eben, wenn's blöd ist, mach ich nicht blöd an. Das ist nicht dein gutes Recht. Das ist mein Recht. Na, wir leben an der Tentur in der heutigen Zeit. Wie willst du jetzt, was musst du hier abgraben? Ähm, du musst von, also, äh, mach mal, mach mal auf der Höhe hier, alles wegruppen. Bis hier hin. Gut Uhr. Oder bis halt diese Fläche, die obere Fläche da. Die Gut Uhr. Die MFs. Ja, genau. Bis dahin. Also so. Ja, genau. Oberfläche da weg ist. Bitte. Danke. Gut für die MFD. Ja, aber ich muss den Jungs hier rüber. Oh, wir haben 15 Minuten oder 16 Minuten, aber in Wayne. Achso, okay, gut. Wir sehen uns später wieder. So, eine weitere Folge von MyCraftTickets. Ja, bis gleich. Bis dann, nun, Show. Tschüss.